Hallo, hier bin ich Künstler mit Rechthausch und willkommen beim großen Kanal zurück zu Five Seideth Handwills Remastered. Wir sind jetzt mittlerweile in Nacht 4. Für mich schon ein riesen Erfolg, dass ich drei Nächte überlebt habe. Bei diesem coolen Gang. Nur ist halt auch sackischwer, ne? Wirklich schwer. Gehen wir gleich mal den Camp vor. Konzentration. Ei, 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 ei. Really? Gamaged? Ich brauche ne Taktik, Leute. Ich glaube, vor 1 Uhr kommt er nicht. Beim ersten Mal müssen wir ihn ja noch hören. Hopf ich doch. Man kann halt die Kamera nicht selber schwenken, vor allem muss ich die Energie sparen, hör auf! Hör auf, Rusty man! Körner? Er guckt nicht! Hast du gedacht, ja! Full Push! Ich hab gedacht, er guckt! Ich mach die Tür zu! Ich mach die Tür zu! Kommt er, kommt er nicht! Wirklich? Leute, jetzt geht's nicht oder nicht? So können wir weitermachen! So können wir wirklich weitermachen! Game over! Ja, game over! Ich geb's dann gleich, game over! Ich hab's gewusst! Jetzt fangt dieser Fool schon wieder an! Ich hab so ne ganz dumme Ahnung, dass ich diese vierte Nacht nicht packen werde! Warum auch immer! Am liebsten würde ich ja die Türen zulassen! Versteht ihr? Meine Fresse, Herr! Warum? So hat's mich schon in der Demo angekackt! Versteht ihr? Sei ruhig! Genau so war's in der Demo schon! Ich hasse es, wenn auf einmal diese Lichtschalter und die Türen nicht mehr funktionieren! Sowas hasse ich ans Spiel! Aber absolut auf dem Tod! Kann ich jetzt nicht verputzen hier! Mag ich nicht! Mag ich nicht! So wirst du nicht unfair! Versteht ihr? Ja! Mag ich nicht! Da bin ich kein Freund davon! Da werd ich nämlich sauer! Also vor eins kommt er nicht! Soviel steht er mal fest! Jesus Christ! Muss Energie sparen! Beim ersten Mal hören wir ihn! Die ersten Footsteps sind nämlich er! Ist er! Ja! Wo ist er denn? 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 Er klopft. Er kommt. Er kommt. RIP! Le- Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Nee! No! Da, da, da habe ich jetzt die Schnauze voll. Aber da habe ich, da kriege ich so ein Hals, so ein Hals. Es war aber so gut dabei und dann kommt dies. Verstehste? Continue. Last try. Wirklich? Letzter Versuch? Und dann ab dafür? So leid mir das tut? Nee. So was hasse ich auf dem Tod hier. Schalter geht nicht mehr. Warum geht der Schalter nicht mehr? Warum? Muss doch nicht sein, oder? Wenn das Spiel schon schwer ist, dann muss man es sich doch noch schwerer machen, oder? Weil dann verliert man nämlich auch die Lust dran. Und ich hab mich so auf die Fullversion gefreut. Aber sowas, nein. Dann mag ich nicht mehr. Dann mag ich ja wohl nicht mehr. Nee, mag ich nicht mehr. Dann mag ich ja wohl nicht mehr. Dann krieg ich den Hals. Dann werd ich aggro. Agro. Dann krieg der. Aber sowas von. Ganz easy. So ein Fool. Nein. Nein. Fool. Ftroagog? Nein. No, nicht mit mir. Jesus. So ist jetzt einer gekommen, oder? Jesus Christ, war das knapp? Jesus Christ. What this for Geräusche? Nur, was machen wir hier? Wollt! Nein! footsteps an und die kamera geht nette no 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 leute da habe ich keinen bock mehr drauf so leid mir es tut das spiel ist supergeil von der machart her mega aber einfach für mich alten mann weil ich auch vielleicht zu alt bin einfach zu schwer es tut mir echt leid sorry that was it und das war 590 10 world remastered ladet es selber unter spiel selber ich werde mich für euch zu sehen würde mich freuen wenn wir wieder einschalten wird auf einem rausgehalt bewertet doch dieses video schreibt was in die kommentare aktiviert die glocke und falls ihr noch keinen abwarten auf das kopf drückt presse hitbutton to subscribe ansonsten grieches leben enjoy life habt spaß miteinander und bis im nächsten meintag tschö mit ö und fingerlinger rot euer rossige rett nach der man wieder aufgibt tschau